Musik Michael Seider. Als Stepptänzer, Sänger und Entertainer berührt er sein Publikum. Als Mensch wie du und ich liebt er seinen Traum. Was man träumen kann, kann man auch leben. Dieser Satz prägt Michael Seider seit seiner Kindheit in einem Simmeringer Gemeindebau. Und im Mai 2011 erfüllte er sich einen Traum. Musik Michael Seider, Leben. Ein Mann lebt seinen Traum. Alles was du träumen kannst, kannst du erleben. Und heute haben wir das einfach gemacht. Danke Freunde, danke Ihnen für den schönsten Tag in meinem musikalischen Leben. Musik Der Michi ist einfach authentisch. Das was er da oben lebt, das ist er wirklich. Er gibt nichts vor, was er nicht ist und er versteckt nicht, was er ist. Musik Amerikanische Folk-Songs, Traditionals und natürlich Songs von Bruce Springsteen. Allesamt übersetzt von Michael Seider. Alte Geschichten über Träume, Liebe und Hoffnung. Musik Er versteht ganz einfach diese Musik eben in das schöne Wienerische, in unserem Dialekt zum Übersetzen. Wenn jemand Wienerisch spricht und singt. Wenn man das versteht und dann geht das direkt ins Herz hinein. Du sprichst mal aus der Sähe, dass das ein Stück Kultur ist. Weil so viel Gefühl rüberkommt und er sagt so oft auf der Bühne auf unterleibende Sprache, weil es einfach wirklich stimmt. Und das ist genau das, was der Michi macht, weil er das genauso lebt. Das bringt er so rüber, wie er es meint. Musik Mit seiner Spielfreude und der Ehrlichkeit seiner Texte berührt Michael Seider die Menschen in ihrer Seele. Ich stehe vor allem sehr auf die Texte, die der Michi macht. Also die Texte machen ja Sinn. Er ist sehr menschlich und bringt das auch in seinen Liedern hinüber. Wenn man ihn kennt, weiß er, dass er ein Gefühlsmensch ist, dass er sehr sensibel ist. Und es berührt einen viel besser. Es trifft einen im Herz. Musik Ich habe heute geweint und ich habe nichts dagegen tun können. Es kommt von da und das macht es aus. Das ist einfach das Leben, so wie es ist ein Konzert. Musik Die Musik ist erdig, die Texte authentisch. Ich singe, weil ein Lied eine Geschichte malen kann, meint Michael Seider. Geschichten, die das Leben schreibt. Ihr Leben. Unser Leben. Musik Der Michi Seider ist in der Lage, das wirklich über, wie man so schön sagt, über die Rampe zu bringen. Natürlich moderieren kann er, steppen kann er. Der Michi ist ein exzellenter Entertainer, Musizierens, des Singens, des Parodierens, des Steptanses. Fähigkeiten, die sich der Allround-Künstler selbst beigebracht hat. Und damit beweist, mit Liebe, Überzeugung und Mut kann man wirklich Großes erreichen. Musik Das war ein Höhepunkt, eine musikalische Laufbahn. Und es ist in allen Details eine liebevoll und sehr professionell gestaltete Show. Es steckt sehr viel Arbeit, sehr viel Schweiß dahinter, so locker ist das nicht. Das war nicht zwei Jahre Arbeit. Ich glaube, jeder von uns singt die 100% gegeben. Und mit der Band, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Er lebt mit jeder Faser seines Lebens. Ich glaube, auch im Gedenken an seinen Eltern. Und ich stehe da drinnen und singe meine Freundin, ich muss an meine Eltern denken und immer, wenn die das sehen, die sehen das. Und schaue ihn Kogu an, der sagt zu mir mit solchen Augen, sagt er, Kömmichi, jetzt gerufen wir, jetzt fährt er zu. Und dann dreht er sich oben, macht die Augen zu und spielt und ich sage Halleluja. Und für jeden Einzelnen, wie die Horn-Section spielt, wie die Malen singen, wie der Stevie singt, wie der Markus Schlagzeug alle zusammenholt, wie der Bertl da oben im Bass hat, wie der Oliver Grün in der Musik ist, der Manfred Kromi da hinten, der Steve Chris, der Christian Wirth, wenn der die Geigen aufhört, haut es mich um jedes Mal. So wunderschön ist das. Der Harry Peller neben mir, der tanzt die ganze Zeit. Das ist Platz für alle. Es ist mir eine Ehre, dass wir alle gemeinsam spielen. Seine Hingabe zur Musik geht Hand in Hand mit dem Respekt vor dem Leben und vor den Menschen. Man hat das Gefühl, man wird von ihm auch auf Ende getragen als Person. Und schließt seine Leid einfach in die Herzen ein. Man darf auch zeigen, was man kann. Das ist das, was ich an ihm liebe. Und er möchte jeden featuren und möchte die Leistungen von jedem zeigen. Und er respektiert dann jeden Einzelnen. Das ist eine Freundschaft, tolle Musik, die Leid taugt, wenn dann der Funke noch überspringt. Die passen so gut zusammen und jeder für sich ist eine Persönlichkeit. Der eine macht das, was er gut kann und der andere sagt, ich kann mir das ausschauen. Und wenn alle zusammen kommen, können alle das gemeinsam genießen. Weißt du, ich bin kein Star und ich will auch keiner sein. Ich wünsche dir grüßt auf ihn. 1, 2, 3! Wenn die Leute sagen, hey das ist der Michael Seiler, das ist der groter Michael. Dann bin ich zufrieden. Das ist für mich genug. Ich hab einen Traum gehabt und den holen wir heute erfüllt. Super, gut. Es hat lang, lang gedauert, ich bin daheim. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwie bald das wiederholen. Ich glaub beim Champions League Match gibt's auch immer Rückspiele und ich glaub, da werden wir sicher noch mal spielen in dem Haus. Ich hab einen Traum gehabt. 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 Vielen Dank.